Die Welt 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 Eine Menge Geld Okay Ich geh jetzt zum Sport Heute sind die Beine dran Quetscht aus ihr Haus wo mein U-Form ist Sonst kann ich die Plaza nicht öffnen Oh und benutzt ihn Bringen wir unseren Kampf endlich zu Ende Ganz ohne Kameras Wie Maus Ich würde gerne mit Ah ok Wow Bist du ok Die wollten dich umbringen Ach du Scheiße Ich bin ganz schön zäh Ja Suchen wir einen Ausgang Roxxon hat Rhino behalten anstatt ihn der Polizei zu übergeben Das ist verrückt Was Roxxon angeht Überrascht mich nichts mehr Alles ok Ja Sobald wir hier raus sind Ich schalte die Überwachungskameras aus Überprüfst du den Computer? Was hast du gefunden? Da ist der Ausgang durch das Büro Wir müssen zuerst die Abriegelung aufheben Im Kontrollraum Zuerst müssen wir aus dem Sicherheitstrakt raus Ich gehe runter und sehe nach womit wir es zu tun haben Die Tür ist versperrt Benham hat die Zelle geknackt Sollte auch bei der Tür gehen Wenn ich rausfinde wo der Strom hält Hallo Ist offen Bin schon unterwegs Bin direkt über dir Die Sicherheitsstür ist unser Ausgang Aber ich muss ein paar Terminals hacken Um den Alarm auszuschalten Ich kümmere mich um die Security Unsere Kameras im Südflügel sind tot Bestimmt hat Rhino sie ausgeschaltet Er wollte die Gefangenen verhören Der andere Typ bringt sogar Spider-Man zum Singen Ich andere Typ Ich werde mich umschauen Ich werde mich umschauen Woher kommen die Stromausfälle Wen die Rocks und Plaza nicht gefällt Könnt ihr wegziehen Ganz einfach Ich glaub's nicht Ein haben wir die beiden gefunden nein er ist nur ein willenloser anklager ein agent hat uns ihre position gegeben erwarte neue befehle kleiner tipp achte bei krieger darauf was du sagst er wirkt entspannt aber er ist jetzt so nicht hab's gemerkt er hat in weniger als einen monag drei assistenten verschlissen eigentlich festhalten wir sollten sie einfach loswerden krieger hat immer ein nass im ärmel er glaubt sie sind lebend für uns von größerem wert nur ein bisschen auch Er ist ja gar nicht tot. Er ist ja gar nicht tot. Er war falsch. Er ist ja gar nicht tot. 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 Er ist ja gar nicht tot.